Hallo und herzlich willkommen zu diesen Typen, die hier wacker durchs Dreist durchs Bild rennen. Das hier sind die Prachtmeers, beziehungsweise die Prachtmeer-Admiralität, wie man unten lesen kann. Und das Ganze ist natürlich übersetzt worden aus dem Englischen nämlich Proudmoore. Und ich glaube, wir bleiben auch lieber bei Proudmoore. Ich bin kein großer Fan davon. Jaina, Prachtmeer, die Prachtmeers zu sagen oder Azeroth. Wir bleiben einfach mal bei Proudmoore. Im Deutschen heißen sie jetzt halt die Prachtmeer-Admiralität und das ist auch die erste Fraktion, mit der wir uns näher hier befassen. Wir befinden uns gerade hier in Boralus, quasi der Hauptstadt der Allianz. Und das Ganze ist so groß, dass Boralus als Stadt alleine drei Flugpunkte hat. Eigentlich kann man sogar fast mehr sein. Das ist jetzt Haderfurt, ist quasi der Eingang zu Boralus. Das hier ist Boralus selbst. Da haben wir hier unten nochmal Brondhaven. Da sind auch die Prachtmeers unterwegs. Ja, und das Ganze hier gehört der Familie Prachtmeer. Und zwar ist Jaina die Tochter. Die Catherine Prachtmeer, die zeige ich euch auch mal eben. Das ist die hier. Schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Das ist quasi hier der Obermufti der Prachtmeer-Admiralität. Und von der Story her ist es so, dass wir hier als Allianzler landen in Boralus und zuerst sind die Bürger furchtbar sauer auf Jaina. Ja, und wir werden in einen Knast gesteckt. Doch wie wir da wieder rauskommen und wie das Ganze ausgeht, erzähle ich euch natürlich nicht. Es geht hier weniger um die Story, aber um das mal so anzureißen von der Fraktion her. Die Prachtmeers haben hier auch Mitbewerber in dem Gebiet. Und zwar sind es die Aschenwinds. Familie Aschenwind mit der großen Priscilla. Klingt schöner als es ist, dann schaut sie euch mal an. Na, wunderhübsche Dame, oder? Die versuchen hier alles zu übernehmen. Die Prachtmeers wiederum befehligen... Ja, laufen wir wieder durchs Bild. Ahoi, moin, moin. Immer freundlich bleiben. Die Prachtmeers befehligen überhaupt die ganze große Flotte von Kultiras. Das hier ist Kultiras als Ganzes. Und die Flotte selbst ist momentan noch verschwunden. Die wiederum wird verwaltet von den Viechern hier. So, und zwar da oben ist die Sturmwacht und die haben wiederum die Gezeitenweisen. Bisschen kompliziert. Also kurz gesagt, die Flotte wird befähigt von den Prachtmeers, ist verschwunden und beherbergt wird sie da oben von den Gezeitenweisen im Sturmsanktal. Und wer weiß, vielleicht könnt ihr sie auch irgendwann wieder finden. Gehen wir mal rüber jetzt zu dem interessanten Part, nämlich dem Ruf. Wenn wir uns das hier einmal ansehen, das ist jetzt, ich habe hier einmal hochgequestet, müsste es ungefähr nachher bei euch so aussehen. Wenn ihr alles gequestet habt, dann seid ihr wohlwollend bei der Prachtmeeradmiralität. Und wie es dann weitergeht, lässt sich auch ganz einfach erklären. Was hat er denn da gerade gemacht? Naja, also wie auch in vorherigen Inhalten müsst ihr Weltquest freischalten, um Ruf zu bekommen. Und dort gibt es verschiedene Abgesandten. Hier zum Beispiel haben wir die Sturbenwacht, dann haben wir die tortolanischen Sucher und Kriegsanstrengungen der Allianz. Aber auch hin und wieder kommt da die Prachtmeeradmiralität raus. Da müsst ihr dann vier Quests, Weltquest hier abliefern. Wir können mal gucken. Hier oben zum Beispiel Kapitän Wintersegel getötet oder das ist auch Prachtmeeradmiralität, Blutrachen getötet. Und dann sammelt ihr wieder vier, kriegt jedes Mal Ruf für diese Quest und natürlich nochmal diese Abgesandten Truhe und nochmal extra Ruf. Jetzt fragt ihr euch, okay, mit diesem Ruf, was kann ich denn da so machen? Und vor allen Dingen bekomme ich Ruf in Dungeon. Es ist derzeit so, kurz vorm Release, wir haben den 21. Das Spiel kommt bald raus, es gibt derzeit in Dungeon keinen Ruf für die Fraktion. Es gibt auch keine Wappenröcke, mit denen ihr Ruf sammeln könnt. Und es gibt keinen Bonus, mit dem ihr Ruf sammeln könnt. Es sieht also derzeit so aus, als könntet ihr dann tatsächlich nur euren Ruf hier aufbauen, indem ihr alles einmal durchquestet und dann eben diese Quests hier erfüllt. Schade, vielleicht auf dem letzten Drücker wird Blizzard noch was für die Dungeon einmal und das mal wenigstens mal 100 Ruf oder sowas dazu bekommt. Derzeit ist es allerdings nicht drinnen und es ist fraglich, ob das jemals kommt. Aber wenn ihr lauter schreit in den World of Warcraft Foren, dann bekommt ihr vielleicht auch mal die Möglichkeit. Ansonsten müsst ihr für jeden Twink, wenn ihr was von den wollt, müsst ihr euren Ruf hochziehen, um da was kaufen zu können. Und das dürfte das Interessanteste sein. Da gehen wir jetzt mal eben hin. Und Zapp! Ja, und hier sind wir auch schon in der Kommandozentrale. Hier könnt ihr sehen, wichtige Leute von der Allianz hier. Die Hafenwache jetzt nicht so, sieht aber schick aus. Aber hier ist eine Eule. Ja. Die Eule, die sich direkt reinstellt. Gen Graumene befindet sich hier. Carsten Jammertal spielt nachher eine wichtige Rolle bei eurer Ankunft hier. Auch da gehen wir nicht näher in die Geschichte ein. Da habt ihr hier noch eine Speer-Karte und der wichtige NSC, das ist sie ja. Das ist Versorgerin Frauke. Und Frauke ist sie abgesahne ohne Rüßmeißer, quasi der Brachmärs, ne? So, und da können wir mal gucken, was ihr da so Schönes bekommt. Zum einen ein Umhang marineblau, der nicht blau ist. Fragen wir einfach nicht. Mann, ist das hübsch. Zumindest nachher beim Leveln vielleicht. Interessant. Das Problem ist daran, das ganze Ding ist wohlwollend. Und wohlwollend seid ihr schon, wenn ihr alles durchgequestet habt. Ne? Könnt ihr auch in Stunzen gehen und da bekommt ihr dann auch Heroisch 325. Warum sollte man sich das also holen? Keine Ahnung. Aber vielleicht interessiert es euch ja. Dann haben wir ein Gnoll-Zielfass. Benutzen fügt diese Spielzeugkiste in Ruhe. Wer hätte es gedacht? Beschwört ein Gnoll-Zielfass am Zielort, das für fünf Minuten bestehen bleibt. Während es aufgestellt ist, dient das Fass als Zielattrappe. Okay, dann stellen wir doch mal hier ein Gnoll auf und gucken uns den ganzen mal an. So, hier, Achtung. Jetzt haben wir das gelernt. Gnoll-Zielfass. So, Glock, da ist es jetzt. Und jetzt könnt ihr hier halt draufhauen. Und man kennt es, glaube ich, vom Rübensack und anderen Sachen. Wenn ihr Spaß dran habt, leider geht das Ding nicht runter. Gucken wir mal. Okay, gehen wir wieder zurück. Das zum Thema dazu. So, dann gucken wir mal weiter, was es noch Schönes hier gibt. Ahoy! Hier ist übrigens auch die Truhe, ne? Ganz nebenbei. Belohnung des großen Herausforderers ist hier. Dann haben wir eine Scherpe des Meisterseglers. 340. Ist ab respektvoll. Auch hier wiederum. Ihr bekommt nachher bei den Kriegsfronten Ausrüstung der Stufe 370. Oder 340. Je nachdem, wie viel Glück ihr habt. Und dann haben wir hier noch einen Seesack. Und das ist ein 30-Platz-Berder. Für 2700 Gold dürfte sich eher weniger lohnen. Denn als Schneider könnt ihr die seiengewebte Tasche natürlich auch herstellen. Und andere Spieler könnt ihr halt kaufen. Auch wenn ihr keiner seid. Ein verfluchtes Fernglas. Schaut in die Ferne und seht nach, was diese räudige Bande im Schilde führt. Kann ich euch jetzt nicht zeigen. Dafür muss ich erstmal ganz viele Weltquests machen und respektvoll werden. Was in der Beta gerade so eine Sache für sich ist. Ihr werdet es aber dann selbst herausfinden. Aber ich glaube, es reicht schon, wenn man sagt, schaut in die Ferne. Dann für ehrfürchtig gibt es hier Gamaschen. Gucken wir uns erstmal hier die Scherpe an. Wahnsinn. Ja, die Gamaschen können wir nicht sehen, weil ich ein Gnom bin. Dafür müsste ich mich nackt machen und hoffe, dass ich jetzt nicht mich nackt mache. Gibt es was zu berichten? Dass ich als perverser bei euch gelte. So, Moment. Hoffentlich sieht das keiner. Ist ja peinlich. So, wir Gnoma haben da eben ein kleines Problem. So, jetzt können wir uns die Büchse auch mal hier ansehen. Und ja, wunderschön, oder? Mit so einer kleinen Uhr. Wie soll denn das zusammen aussehen? Wenn ich mal hier jetzt gucke. Das hier und das hier, das ist die Uhr ja weg. Macht das Sinn irgendwie? Fragen wir lieber nicht. Dann gibt es natürlich den Wappenrock. Der Pracht, mehr Admiralität. Kann man hier überall sehen. Das Symbol ist ganz klar der Anker. Dann gibt es den Hengst hier. Das ist einfach nur ein großes Pony mit viel Bums. Und wenn ihr dann Berufe habt, bekommt ihr hier ab respektvoll. Trank der Blut-Eruption benutzen. Lehrt euch, wie man einen Trank der Blut-Eruption effektiver herstellt. Also ihr spart Ressourcen. Erfüllt euer Blut für 25 Sekunden mit Hitze. Die euren Nahkampfangriffen eine Chance gewährt. Eine Blutexplosion aus. Also AOE-Schaden. Das wird dann aufgeteilt. 10.000 auf die anderen Spieler. Haben wir noch Kampfdrang der Intelligenz. Benutzen erhöht eure Intelligenz 25 Sekunden lang um 900. Das wäre dann halt eben für zum Beispiel uns Magier. Der Pre-Pod oder andere Zauberklassen. Ich glaube, Krieger profitieren nur bedingt davon. Aber da fallen mir jetzt nur noch Barlowitze ein. Da drinnen. Dann haben wir hier noch Fläschchen. Auch da Rang 3 wieder. Auch da spart ihr das Geld. Deswegen für Alchemisten ist es natürlich auf der Allianz-Seite furchtbar wichtig, das hier zu lernen. Erhöht die Ausdauer. Dann geht es weiter hier. Stellt Mana wieder her. Und vor allen Dingen Formeln als Verzauberkunst. Ja. Rang 3. Benutzen lehrt euch, wie man einen Zug effizienter. Also alles Effizienz, Effizienz, Effizienz. Genauso hier natürlich das gleiche bei den Ingenieuren. Allerdings Rang 2. Lährt euch, wie man eine bionische Zwei-Stärker-Brille effizienter erstellt. Und ja, dann hätten wir noch hier Muster für Faust und so weiter. Es wird dann alles einfach günstiger. Anker lichten. Jo, machen wir Frauke und gehen dann auch schon gleich weiter. Und das wäre es eigentlich schon gewesen von diesen netten Leuten hier. Nichts geht über Boralus, denn hier spielt sich dann für die... Ich sehe komisch aus, oder? Ich sollte mir was anziehen wieder. Nichts geht an Boralus vorbei. Ihr werdet primär hier in Boralus unterwegs sein bei der Prachtmeeradmiralität. Und es dürfte auch nicht schwer sein, diesen Ruf hier zu erhalten. Denn jede Quest im Tiragadesund, ich zeige es euch mal, bringt euch Ruf hier. Und der Tiragadesund ist verdammt groß. Das geht einmal hier los. Hier drüben ist Durstwa. Und hier geht das los. Hier unten, hier unten, hier unten, hier unten. Dann hier oben lang bis hier. Und in diesem Bereich bekommt ihr schon überall Ruf für die Hainis. Selbst da oben noch. Und das dürfte dann auch das größte Gebiet von Kultiras sein, wenn man sich das hier so ansieht. Obwohl, man muss auch sagen, im Sturmsackental gibt es dafür auch eine ganze Menge Quests. Das ist ganz schön lang. Durstwa finde ich im Vergleich zu den anderen etwas kleiner. Ja, und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Braumor-Prachtmeeradmiralität. Mal gucken, was die Jaina da alles noch zu erzählen hat. Und was denn hier so mit der verlorenen Flotte alles passieren wird. Aber das müsst ihr selbst herausfinden. Bis zum nächsten Mal.